okay und der letzte große sprung die musik setzt auch wieder ein ja da ist der brennstoff wieder weg dann wäre das geschafft wo bin ich denn jetzt gelandet also ich war da hinten hier ist auch wieder was für den greif arm ich verstehe es gerade noch nicht so wirklich was soll ich denn hier mit dem greif arm soll ich da irgendwie diese steine soll ich die anstupsen oder ich muss die einfach nur ich hoffe ich mache das richtig so da unten ist noch einer die er da noch was ist das das ist wie so ein prisma aber warum naja ist halt irgendwie so alien technologie jetzt hier noch weiter ich laufe einfach mal in die richtung ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber es sieht ganz gut aus genau da bin ich ja hinter gelaufen und jetzt sollte doch der der aufzug endlich gehen ich kann mir nicht vorstellen dass sie immer noch da steht doch sie steht immer noch da und was bringt mir das ich möchte doch ich möchte mitfahren das schaffe ich doch nicht in der zeit kann ich das schaffen was ist das hier soll ich da meine größe messen oder ist das die ebene wo kann ich den schatten sehen eigentlich sollte ich doch rauch kommen boy ich habe es geschafft ah das war eine timing angelegenheit was warum bin ich denn hä ich bin einfach durchgefallen ich bin mir nicht sicher ob das richtig ist was ich hier tue da geht auch die kamera mal weg äh wieder nicht geschafft da muss ich die die dame da hinten ja auch denken wo bleibt denn der typ was ist das für ein schräger vogel was macht der da die ganze zeit ich war doch schon wieder drauf aber ich weiß nicht ob das richtig ist ich meine was was bringt mir das wenn das da oben ist kann ich von hier drauf sprengen also so schon mal nicht aber so oh man endlich da ist eine wurzel käme ich da rechts dran vorbei ja oder auch nicht aber prinzipiell ist es machbar wenn man nicht immer diese sprünge so weit macht so jetzt noch mal in die richtung ich glaube die wurzel hätte mich sonst getötet endlich geschafft du warst du warst du warst du warst du warst ich kann nur langsam gehen sie hatte so richtig krasse grüne augen wo bin ich jetzt hallo ist irgendwie ein leichter sprung in der handlung ich meine gut sie ist runter gesprungen und sie ist offenbar noch ein bruch der dunkelheit sie ist offenbar noch am leben tapst hier weiter aber wie bin ich jetzt darunter gekommen naja vielleicht bin ich irgendwo an der seite stundenlang runter gekraxelt aber sie läuft da einfach mitten durch okay es wird ein bisschen unheimlicher da drüben ist die wurzel deswegen ist sie hier hoch und die musik wird immer dramatischer okay und jetzt da ist irgendwas ach was stacheln ich habe eine neue art der tödlichen lebensform entdeckt die meine kameraden auf dem gewissen hat diese ist viel größer und greift überraschend an wenn man in ihre nähe kommt aber nachdem sie angegriffen hat ist sie sofort wieder harmlos es ist nicht länger tödlich die kreatur zu berühren oder darauf zu stehen als hätte sie ihre ganze energie in den angriff gesteckt vielleicht kann ich diese eigenschaft zu meinem vorteil nutzen naja wenn man drauf stehen kann dann kann man das auch für jump and run verwenden muss ich jetzt hier entlang ich glaube hier kann ich nicht lang könnte aber auf dem ding hier hochlaufen oder laufe ich jetzt wieder zurück nee nee hier war ich noch nicht okay da blinkt doch irgendwas ein scheinwerfer oder so und ich sehe fast nichts oh hoho öp war das jetzt die schon da hat sie irgendwie so gezuckt wahrscheinlich muss ich da oben rauf wenn hier schon der stein so auffällig ist jetzt noch balancieren in der dunkelheit das wird ja ein spaß okay dann geht es wieder zurück in die richtung bin ich drauf okay und ich sehe jetzt auch irgendwie fast gar nichts in 3d oder so öp und jetzt wo ist sie hin ich muss irgendwie diesen stein hier runter tun ach sie ist da drüben hoch okay aha es ist echt ja das ist ein bisschen nervig aber es ist zu schaffen so und hier ist es wieder rot und da ist es wahrscheinlich gefährlich wo es rot ist bringt mir das was nö wow also irgendwann laufe ich wahrscheinlich doch mal aus Versehen da rein aber ich habe es geschafft und hier bin ich wieder safe aber sie hat jetzt so lange auf uns gewartet da in der Klippe also ich kann mir nicht vorstellen dass sie dass sie uns wirklich los haben will nö vielleicht hat sie irgendwie Mitleid mit uns oder so hm da ist sie wohl außen rum gegangen oder laufe ich jetzt wieder zurück hier ist wieder stein es ist so abartig dunkel da ist wieder grün und jetzt kann ich da rüber sieht so aus oh oh ich hoffe echt der abschnitt ist bald vorbei weil ich sehe so schlecht und deswegen ist das ein bisschen anstrengend so hier ist nichts passiert da hat sie die da schon ausgelöst ich kann jetzt auch die Entfernungen fast nicht mehr einschätzen und die die Höhe aus der ich runterfalle Tja sie hat uns gerettet oder hieß das einfach so was wie rennen renn um dein leben sie will uns irgendwie beschützen wohin war da lang ich sehe so schlecht ich hoffe mal hier hoch ich bin runter gefallen ich glaube hier wieder entlang jetzt sehe ich allmählich überhaupt nichts mehr alter hallo hilfst du mir nochmal ich glaube nämlich ich habe mich verlaufen oh nee ich sehe echt fast nichts da geht es auf jeden fall überhaupt nicht weiter da hinten ist irgendwie grün ah ok ich schätze mal ich muss da drüber laufen hey das ist so dunkel und ich kann ja mich auch immer nur so komisch drehen mit mit den Pfeiltasten so die Wurzeln vermeiden und hier ist wieder grün ich hoffe ich bin richtig und laufe nicht wieder zurück hier scheine ich richtig zu sein nur achso hier entlang ich bin alles ich bin ich bin es ist ja ich bin ich bin ich bin